...hören Sie ihn mit dem Abendkleid? So Walle, Walle. Die sieht aus wie ein unschuldiges Mäuschen, hat ein Gesicht wie ein Engel. Also Engel, Monsieur, sind hier eigentlich sehr wenige zu tun. Na gut, was habe ich zu zahlen? Sie sind Gast des Hauses, Monsieur. Wenn Sie spielen wollen, am Blackjack-Tisch wäre noch ein hübscher Platz für Sie frei. Danke, aber ich habe es. Ich habe es mehr mit dem Roulette. Ich bin drauf, haben Sie gesehen? Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich die nehme, die nicht gewinnt, ist es ja Quatsch. Also habe ich die genommen, die kommen, 24. Und jetzt tragen Sie mal bitte die Mäuse an. Tja, ich bin ein Glücksvogel, was? Wer tritt schon einen Plan mit 100 Frauen, was? Kaufen Sie sich ein Bierchen oder Ihrer Frau Mutter einen Blumenstrauß? Habe ich ein Glück. Ja, gewusst wie. So, jetzt wollen wir vielleicht noch eine Runde Pokerwagen. Hier ist ja noch ein Plätzchen. Danke. Sag mal, ist ein Dreiständer mehr wert als ein Gramm mit Vieren oder muss ich ein Quartett zusammenbringen? Na, wenn man das weiß, ist ja schon alles gelaufen.